Learn and play! Allah abu a ta'allam! Hey, je bin er! Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit, flehend und in Furcht mit leiser Stimme am Morgen und am Abend, und gehöre nicht zu den Unachtsamen. Der Prophet sagte, das Gleichnis, dessen der seines Herrn gedenkt und dessen der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie das eines lebenden Geschöpfes und eines Toten. Und, er sagte, soll ich euch nicht über die Beste der Taten informieren, die Reise bei eurem Herrn, die eure Stufen am meisten erhöht und die besser für euch ist als das Spenden für Gold und Geld und das Treffen auf euren Freund, bei dem ihr sie tötet und sie euch töten? Sie sagten, doch, er sagte, das Gedenken Allahs des Erhabenen. Und, er sagte, Allah sagt, ich bin mit dem Gedanken meines Dieners an mich, und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner bei mir selbst, und wenn er meiner in einer versammelten Schar gedenkt, gedenke ich seiner in einer versammelten Schar, die besser ist als sie, und wenn er sich mir um eine Handspanne nähert, nähere ich mich um eine Armlänge. Und, er sich mir um eine Armlänge nähert, nähere ich mich um zwei Armlängen. Und, wenn er zu mir gegangen kommt, komme ich zu ihm gelaufen. dann muss ich mich auskennen! Untertitelung des ZDF, 2020